Groß Einsatz in Wien-Donau-Stadt. Dort wird am Donnerstagvormittag ein Lastwagen von einem Zug erfasst. Bei dem Unfall auf einem Bahnübergang werden zwei Personen schwer verletzt. 13 Personen sind leicht verletzt. Unter den Schwerverletzten ist auch der Fahrer des von dem Zug erfassten LKWs. Der Unfall passiert laut ÖBB kurz vor 11 Uhr auf einer technisch nicht gesicherten Eisenbahnkreuzung. Der LKW-Fahrer dürfte den Regionalzug der Mach-Egger-Ostbahn übersehen haben. Daraufhin entgleisen die zwei Diesel-Triebwagen. Die Opfer des Zugunglücks in Wien-Donau-Stadt werden von der Feuerwehr geborgen. Der Zugführer ist wie der LKW-Lenker unter den Schwerverletzten, teilen Berufsfeuerwehr und Berufsrettung in einer gemeinsamen Aussendung mit. Der Lastwagenfahrer war demnach eingeklemmt. Beide Schwerverletzten werden von der Rettung notfallmedizinisch versorgt. Entgleist ist der vordere Teil des Zuges. Weitere 13 Personen im hinteren Teil des Fahrzeugs werden ebenfalls von der Feuerwehr aus dem Zug geholt. Sie erleiden leichte Verletzungen und werden von der Berufsrettung betreut, die mit dem Katastrophenzug an Ort und Stelle ist. Die verunfallten Fahrzeuge werden von der Feuerwehr gesichert. Die Sperre dürfte am späten Abend aufgehoben werden. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017